Die besten Kopfhörer mit Kabel von Apple, eine Übersicht Ich habe mir die Original Kopfhörer für Apple iPhone 7 7 Plus mit Lightning-Anschluss, MMTN 2MA mit Original Apple Lightning-Anschluss auf 3,5 mm gekauft und bin sehr zufrieden. Die Kopfhörer sind von sehr guter Qualität und liefern einen klaren, natürlichen Klang. Sie sind sehr bequem zu tragen und passen perfekt in meine Ohren. Der Lieferumfang war auch sehr gut. Es gab ein sehr schönes Ladekabel und ein paar Ersatzohrstöpsel. Ich kann diese Kopfhörer nur empfehlen. Ich bin begeistert von dem Tore iPhone Kopfhörer mit Lightning-Anschluss. Es ist MFI-zertifiziert durch Apple, sodass ich es mit meinem iPhone 12, 13, Pro Max, Mini, XR, X, 11, 7 und 8 verwenden kann. Es hat ein kabelgebundenes In-Ear-Mikrofon und einen Lautstärkeregler, sodass ich meine Musik und Anrufe in kristallklarer Qualität genießen kann. Ich liebe es, wie bequem es ist und wie gut es meine Ohren schützt. Ich kann es jedem empfehlen. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Strauss & Wagner EM 8C Kopfhörer mit USB-C Anschluss. Der Klang ist klar und präzise, was für eine hervorragende Audioqualität sorgt. Der Kopfhörer ist sehr bequem und passt perfekt in meine Ohren. Ich liebe die Tatsache, dass er einen USB-C Anschluss hat, sodass ich ihn an mein Smartphone anschließen kann. Der Lieferumfang enthält auch ein Kabel, das ich für den Anschluss an meinen Computer verwenden kann. Der Preis ist auch sehr erschwinglich und ich kann den Kopfhörer jedem empfehlen, der nach einem guten und bequemen Ohrhörer sucht. Ich habe mir die Apple AirPods mit kabelgebundenem Ladecase gekauft und bin sehr zufrieden damit. Sie sind kompakt und leicht, passen bequem in mein Ohr und sind einfach zu bedienen. Der Klang ist klar und satt und die Batterie hält lange. Die Verbindung zu meinem Telefon ist schnell und stabil. Ich kann die AirPods auch mit dem kabelgebundenen Ladecase aufladen, was sehr praktisch ist. Ich kann sie überall hin mitnehmen und immer eine volle Ladung haben. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf und kann die Apple AirPods mit kabelgebundenem Ladecase jedem empfehlen. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.